Ja, ich weiß, es war ein schlechter Schnitt. Ich hab mit nem Wort geschnitten. Rhababbel, Rhababbel, Rhababbel. Hm, 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 amok, hm. Tja. Ja, Stufe 17, es war ein drittes Kapitel gleich, das ist eigentlich recht gut. Ja. Gorin läuft übelst lahmarschig, deswegen geh ich eh noch einmal pennen. Muss ich das nicht später nochmal machen. Hätte denselben Effekt. Schnarch. Ja, klar. Pala hat mit mir in einem Bett gerade geschlafen. Das finde ich jetzt erotisch. Nein, finde ich nicht. Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrocar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst? Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Ja, Gorn. Hey, du. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann haue ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Ja, ab geht's hier raus. Ich mag dieses Tal nicht. Mehr. So. Im zweiten Teil ist es nicht mehr dasselbe. Hallo, Diego. Ja. Noch einen kurzen. Save. Noch einen kurzen Save, wenn ich schon dabei bin. Mikrofon richten. Und ab geht's wieder. Zurück. Bam. Ja. Kapitel 3 Das Moral Und warum habe ich da ein Schwert? Und warum flackert jetzt mein Bild? Ah, da bin ich. Gut. Ja, das ist Kapitel 3 von Gothic 2. Nicht Gothic. Jetzt gibt's wieder neue Monster überall. Es gibt neue Zauber. Einen neuen Kreis für mich. Also Magiekreis. Das heißt, neue Zauber. Es gibt auch neue Gegner. Soviel habe ich schon mal gesagt. Freut euch schon. Ich freue mich auch, auch wenn's ätzend wird. Ich glaube, einige wissen, was ich meine. Vor allem in der Ordnung ist das jetzt. Im Standardspiel geht's ja noch, aber im Add-on am Anfang. Oh Gott. Naja. Ich werde jetzt noch bis zu der Pforte laufen. Das heißt, nicht mehr ganz zu Pforte. Und dann werde ich auch Schluss machen. Und zwar genau... Genau... Jetzt. Man sieht sich beim nächsten Mal mit Let's Play Gothic 2. Das war mal wieder euer Nightwave. Und ich muss jetzt scheiße labern, bis das Beicher-Screen zu Ende ist, weil sonst kackt das Spiel ab, während ich die Frap-Zahl ausmache. Also bis später. Bis später. Bis später.